Hallo und herzlich willkommen zurück bei L.E.Bostards. Ich bin Stanor und wie ihr seht Rocket League, Rocket League Turnier an Thumbmaid, habt ihr das gesehen? Und erstmal danke für die Einladung an Warfighter Company, ist der Channel, ist ganz oben verlinkt. Und das was wir hier haben, ist das Rückspiel gegen der Prime Games & More. Das Hinspiel seht ihr bei denen auf dem Channel, das Rückspiel seht ihr ja, haben wir schön aufgenommen alle Bilder, ich und Pete. Also richtig verkackt. Kann auch mal passieren, tut uns leid. Also für die Leute, die von ihnen rübergekommen sind, bei uns das zweite Spiel zu sehen. Ja, der Prime Games & More hat 3-0 gewonnen. Dann würde ich sagen, gut gespielt, gutes Team. Herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Und für die Leute, die das Hinspiel sehen wollen, auch verlinkt das Spiel und der Channel von denen. Könnt ihr mal vorbeigucken. Sind eine dufte Typen. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und beim nächsten Turnierspiel. Und würde ich sagen, einfach reingehauen. Tschaußen!